Oh! Help! The train won't stop! And look! The bridge is up! We're gonna crash into Spike Canyon! Broken Age Broken Age entwickelt sogar eine Art Flow. Es geht ohne die genreüblichen Durchhänger stetig voran. Sogar der nur noch 5 Minuten Effekt stellt sich ein, für den Programme sonst schwerere Geschütze auffahren müssen. Das liegt daran, dass man bei Knobelblockaden stets zum anderen Protagonisten wechseln kann und sicher auch an den eher einfachen Rätseln. Aber es zeigt, dass die Designer auch sonst viel richtig gemacht haben. Broken Age ist so gut, dass wir es gerne jetzt schon ganz spielen würden. Wirklich gestört haben uns nur die teils überlangen Dialoge und das arg abrupte Ende. Thanks for keeping a good day!